Zwei Näschen stupsen aneinander, es knistert in der Luft, das muss wahre Liebe sein. Das Herz von Sylvie Mais schlägt für den Künstler Niklas Castello. Für die Moderatorin Sylvie Mais ein Grund die Glocken läuten zu lassen, doch das darf sie gar nicht. Denn in der Kirche darf sie nicht heiraten, es ist nämlich bereits ihre zweite Hochzeit. Dafür haben sich die beiden diese zauberhafte Location in Florenz ausgesucht. Ein riesiges 5 Sterne Luxushotel. Kosten pro Zimmer mindestens 500 Euro. Eigentlich wollten die beiden bereits im Juni heiraten. Corona hat den beiden Verliebten allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Endlich klappt es mit der Hochzeit, da gibt es schon die nächste schlechte Nachricht. Sylvie's Eltern können beide nicht zur Trauung kommen. Ihr Vater ist schwer nierenkrank und die Mutter bleibt bei ihm, um wegen Corona kein Risiko einzugehen. Für die beiden wird die Hochzeit allerdings mit einem Stream live übertragen. Dafür gibt es einen Special Gast. Er wird zwar nicht kämpfen, doch auch ein Gladiator kommt zur Hochzeit. Unser deutscher Hollywood-Star Ralf Möller. Heute sagen die beiden Ja zueinander, doch ihren Namen behält die Moderatorin. Und so ist und bleibt die Sylvie auch nach ihrer Traumhochzeit eine Mais. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Vielen Dank.